Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder Corona-Update-Zeit. Ich habe aufgehört zu zählen, das wievielte Video das jetzt ist, aber meine kleine Mini-Umfrage gestern hat ergeben, dass ein Wunsch besteht, dass ich wieder eins drehe. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn es wesentlich angenehmer ist, hier ein kurzes Update zu bekommen, anstatt lange Texte zu lesen. Also hier bin ich. Wenn ich nicht alle Fragen heute beantwortet bekomme, wie immer, schreibt mir einen Kommentar oder eine PN. Und wenn ihr weiterhin wissen wollt, was es für Updates gibt oder was für Neuerungen sich ergeben, lasst mir Abos auf meinen Kanälen da. Dort werdet ihr in verschiedenen Formen unterrichtet, je nachdem, was die jeweilige Community auch abfragt und benötigt. Seit anderthalb Tagen diskutieren wir auch in der Stadt Pattensen über die Einigung von Bund und Ländern und die damit einhergehenden Veränderungen der Maßnahmen. Zuallererst die schrittweise Öffnung der Schulen. Wie ich meinen PNs, Mails und auch Kommentaren entnehmen konnte, ist das durchaus ein Thema, was alle beschäftigt und wo es noch einige Fragen gibt. Vorab, es gibt mittlerweile dazu eine sehr informative Informationsseite des Kultusministeriums. Das werde ich auf jeden Fall noch verlinken, aber ich will versuchen, das ein oder andere zu beantworten. Also ab dem 27. April werden schrittweise die Abschlussjahrgänge wieder in die Schulen gehen. In der Stadt Pattensen sind das in der Ernst-Reuter-Schule die Abschlussjahrgänge 9 und 10H, also Hauptschulzweig, und 10R, Realschulzweig. Wir haben in diesem Jahr keinen Abiturjahrgang, weil wir uns gerade in der Umstellungsphase von G8 auf G9 befinden und somit kein Abiturjahrgang dieses Jahr bei uns abgenommen wird. Insofern haben wir die, ich nenne das mal Glück im Unglück Situation, dass wir ausreichende Räumlichkeiten zur Verfügung haben, um alle Hygiene- und Abstandsregeln zu ermöglichen. Wir können die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte weit auseinandersetzen. Das Gebäude ist großzügig genug, um das zu gewährleisten. Wir sind auch in der Lage, die entsprechenden Spender mit Desinfektionsmitteln aufzufüllen. Auch da sind wir gut ausgestattet. Auch hier werden wir keine Probleme haben. Ich möchte darum bitten, dass das Thema Mund-Nasen-Schutz nicht außer Acht gelassen wird. Es besteht in der Stadt Pattensen die Möglichkeit, durch das Kontaktieren unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer, solche Atemmasken, also solche Gesichtsmasken, gegen eine kleine Spende zu erhalten. Bemühen Sie sich gerne über die entsprechenden Facebook-Seiten dazu. Sobald wir einen Link machen können, wo auch Kontaktdaten oder ein Kontaktformular zur Verfügung steht, werde ich noch mal informieren. Dass jetzt nur die Abschlussjahrgänge in die Schulgebäude dürfen, hatte nicht zur Folge, dass die anderen Jahrgänge jetzt verlängerte Ferien haben. Ab dem 22.04. ist für alle Schülerinnen und Schüler Home-Learning angesagt. Home-Learning bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler Aufgaben gestellt bekommen oder Arbeitsblätter erhalten, die sie zu Hause eigenständig, aber mit Unterstützung der Lehrerschaft bearbeiten sollen. Das kann auf sehr vielfältige Art und Weise passieren. Es gibt die Möglichkeit, Videokonferenzen zu machen. Es gibt die Möglichkeit, die E-Mail-Systeme wie iSurf zu nutzen oder Vernetzungsplattformen wie Moodle zu nutzen und auch die Bildungsklaus des Landes Niedersachsen wird frühzeitig an den Start gehen. Anderthalb Jahre früher als ursprünglich geplant. Das bedeutet, es ist alles eigentlich voraussetzt. Alle Voraussetzungen seitens der entsprechenden Schulen sollen ausgenutzt werden, um möglichst viel an die Schüler zu erreichen. Das, was jetzt natürlich entscheidend ist, ist, wie ist die technische Voraussetzung in den Familien? Es ist überhaupt nicht erwartet, dass jeder für jedes Kind einen PC hat. Das kann auch gar nicht erwartet werden. Insofern besteht wahrscheinlich auch gar kein Zeitkorsett. Da ist auch diese Weisung, die die Lehrer bekommen haben, unfassbar frei. Also es besteht auf sehr vielfältige Art und Weise die Möglichkeiten, in Kontakt mit der Schule zu gehen. Ich hatte ja gestern ein Instagram Live mit Mirjam Gerüll, der Schulleiterin der Ernst-Reuter-Schule, die auch ganz deutlich gesagt hat, wenn es Schwierigkeiten gibt, technischer Art, organisatorischer Art, oder wenn man das Gefühl hat, es funktioniert nicht, soll man keine Scheu haben, bei der Schulleitung anzurufen und um Hilfe zu bitten. Die Schulleitung bietet Gespräche an, sie bietet auch Videomöglichkeiten an, um ins Gespräch zu kommen und entsprechend zu unterstützen. Die Schulen und auch wir wissen, dass es unfassbar schwierig ist, das gerade zu Hause zu organisieren. Gerade auch, wenn solche Themen wie, wer arbeitet wann, wie ist es mit Homeoffice, es gibt vielleicht nur einen PC, haben Sie bitte keine Scheu, um Hilfe zu bitten. Die Schulen sind darauf eingestellt, dass sie helfen müssen. Und auch wir arbeiten gerade an einem Projekt, um Familien, die in Not sind, dort zu unterstützen. Zum Bereich Notbetreuung in Kindertagesstätten, also Krippe, Kindergarten und Hort, kann ich leider im Moment keine aktuellen Informationen liefern. Das liegt daran, dass die Verordnung, die ich vor wenigen Minuten erhalten habe, keine Aussage über die eventuelle Erweiterung einer Notbetreuung trifft. Ganz im Gegenteil, sie ist in einigen Teilen sogar sehr restriktiv, indem sie sich auf die Bereiche, die systemkritischen Infrastruktur gehören, bezieht und keine wirklichen Aussagen trifft. In einigen Bereichen sind die Rechtsbegriffe sehr unbestimmt und bedürfen noch einer Klärung im Nachhinein. Ich hoffe aber, dass wir im Laufe des Wochenendes hier Klarheit haben und dann werde ich dazu noch nachträglich etwas entweder schreiben oder vielleicht auch ein Video dazu machen. Also bitte ich da noch ein bisschen um Geduld. Ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen dazu, was in der Verordnung steht, was es auf sich hat mit der Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmetern und, und, und. Aber das Video ist jetzt schon über sechs Minuten lang und deswegen habe ich mich entschieden, hier an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut zu machen. Ich möchte aber nicht abschließen, ohne noch einmal das Projekt anzusprechen, von dem ich ganz am Anfang sprach, nämlich die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche mit technischer Ausstattung zu unterstützen. Nicht alle Familien in der Stadt Pattensen haben die finanziellen Möglichkeiten, ihre Kinder mit einem eigenen Gerät zum E-Learning oder eben zum Homeschooling auszustatten. Wir möchten gerne helfen, und zwar haben die Ernst-Reuter-Schule, die Stadtverwaltung sich dazu schon vereinbart. Wir möchten ganz gerne PCs, die nicht älter als sechs Jahre sind, mit unseren Kräften neu aufsetzen, also sozusagen Lehrräume neu aufspielen und über den Förderverein der Ernst-Reuter-Schule Jugendlichen und Kindern zur Verfügung stellen, deren Eltern nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sie technisch auszustatten und so keine Lücken entstehen zu lassen. Also meine Bitte ist, die Stadtgesellschaft, die uns schon so toll geholfen hat in den letzten Wochen, durch ihre Ideen, ihre Anregungen, ihre Fragen, aber auch durch ganz tolle Aktionen und Unterstützung, hier einfach nochmal zu schauen, ob sie nicht ein altes Gerät, ein Notebook, ein Netbook oder ein Tablet bei sich haben, das sie einfach nicht mehr brauchen, dass man Lehrräume kann, also einmal ganz runterfahren und platt machen und dann neu aufsetzen können, um es über den Förderverein der Ernst-Reuter-Schule Schülerinnen und Schülern in der Stadt Pattensen zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich kein Projekt, das begrenzt ist auf die Ernst-Reuter-Schule. Die Grundschulen sind davon genauso erfasst. Wir möchten ganz gerne nur das als Auftakt nehmen und uns mit den entsprechenden Fördervereinen der Grundschulen vernetzen. Also der Weg wäre, sie haben ein Gerät, das sie erübrigen können, sie spenden es dem Förderverein der Grundschule, wir setzen es mit unseren Fachkräften neu auf und stellen es über den Förderverein den Kindern der Stadt Pattensen, die es benötigen, wieder zur Verfügung. Das war es von mir fürs Erste. Weitere Themen werde ich entweder schriftlich oder in anderer Form auf jeden Fall zur Verfügung stellen und sicherlich ist das auch nicht das letzte Video. Bis dahin, alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.